Hier komme ich noch rein, das ist der einzige Weg. Aber bevor ich mich in die Kammer des Löwen wage oder eher der Fleischmützen mache ich nochmal kurze Pause und sage bis zum Gleich. Okay. Ich weiß zwar noch nicht ob das wirklich richtig ist, aber ich werde mich mal hier reinbegeben. Na komm her, spring schon. Boah. Ich will jetzt nicht unbedingt Muni fahr. Hauen. Ach hier ist sogar noch. So ist voll. Hier geht es aber auch nicht weiter. Na. Ich müsste sie eigentlich killen. Ich könnte es aber auch so machen und wieder verschwinden. Tür ist so. Wunderbar. Wo soll ich denn jetzt noch hin? Da geht es nicht. Hier war ich auch schon gucken. Hier ist auch Ende. Auch Ende. Hier war ich noch nicht. So. Da sind wir wieder. Da ist mir glatt das Spiel mit irgendeinem komischen Fehler abgeschmiert. Ich gucke jetzt einfach. Probiere es nochmal. Bitte. Okay. Schwein gehabt. Äh. Biodome. Komplex. Ach du Kacke. Zwei Spucker. Zwei Spucker und Soldaten. Okay. Ein Spucker holen. Da. Ei. Der trifft die aber nicht. Und der Spucker auch da oben. Hehehe. Aber lustig dass sie. Ach doch. Die haben anscheinend schon gespuckt. Alter. Ein kleines Alienbeinchen. Boah. Das ist hart. Was geht jetzt ab? Oh. Ein Laser. Exitus steht kurz bevor. Äh. Ja. So sieht's aus. Ist das ein fieses Mobbett, hey. Hui. Alter. Was machen sie ja von kack. Machen sie ja von kack. Mhm. Mhm. Da seh ich nicht wirklich was. Was ist das? Ähm. Muni. Ah. Hier müssen. Ne. Doch. Ich glaub schon. Da müssen die Laser hin. Ja. 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 Ein HP. Bumm. Verdammt. Probieren wir nochmal. Hier hab ich aber auch nur 60 HP. Da. Ja. 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 Gabriel. Na komm her. Na komm her. Okay. Es lieb schon mal eine ganze Ecke besser. Noch ein bisschen Energie. Stromsky. So hier rennen wir jetzt einfach mal weiter. Okay, da komme ich nicht rein. Oh, die sind weg. Hui. Okay, beide Laser. Laser sind an. Inklusive Prisma. Vielleicht gibt es hier noch was. Müll. Okay, jetzt sind hier beide an. Aber hier noch nicht. Das dicke Ding. Da muss ich noch. Ey, ich wollte mich voll verkackern, oder? Na? Ich komme hier mit nicht berater, komm. Boah, wir gehen denen ab, ey. Ist ja voll übertrieben. Okay, hier zumindest noch Quick-Safe bekommen. Ich schmeiß mir die Rübe nochmal an hier. Zack. Okay. Nicht durchrennen. Ich hatte ja eiskalt durch die Wand geschossen. Ähm. Wupp. Hier war soweit auch nichts. Ja, geil. Ich bin schwer so gut im Eimer. Sollend. Sollend. Pack ich wieder nicht. So, jetzt noch der an. Fehlt noch einer. Oder? Geil. Öhh. Halloo? Irgendwann habe ich auf jeden Fall gehört, diese komischen Hunde. Aber wo die jetzt waren, keine Ahnung. ja genau immer drop man die ganze anzugsenergie schon wieder weg soll man nicht so übertreiben hier so das war der letzte wohin müssen wir da ziehen den stecker mal und ballern uns durch die wand raus so viel vor total vor blitz ist ja gar nicht heiß so geschmolzene beton und stahl schauen wir mal was hier so schreckt mich immer ich hoffe jetzt einfach nur dass sie beim laden nicht immer abkackt ok was haben wir denn hier ok noch ein restwirbelsäule wissenschaftler ein fellow scientist oh thank god get us out of here before those military drones figure out where we're hiding we all have retinal scanner access if you escort us to the lobby we can finally get out of this damn lab yes but you'll have to shut down the surgical unit first ein peter aber afraid never made it back ja kein problem heißt sowieso wieder dass ich so ausschalten sollen noch mal eine quick safe komm und wo schalte ich die kiste jetzt aus da vorne geht doch ganz locker trotzdem möchte ich neben dem wegen stehen bleiben wo rennt ihr hin geht es hier zur lobby ich hoffe man nicht ich werde vorgeschickt und ihr bleibt nochmal schön hier ich werde sterben aber ganz übel gerade wenn ich so kamikaze spiele okay das ist zu krass muss ich mir jetzt auch noch was überlegen soll ich eher die knarre nehmen oder habe ich aber auch noch mal 19 schuss mit das ist ein bisschen ja 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 mit granaten ohne ende granaten kein problem noch eine granate auch kein problem komm her drecks sei da ey wie krass ist das denn bitte ich muss auch mal ein quick safe machen hier was soll ich denn da anstellen mal probieren wir die kiste nochmal mal 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 schnitt nun und alle herkommen stehend noch einer auf dem dach